Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, meine lieben Geschwister, ich begrüße euch zu unserem neuen Format auf den Punkt gebracht. In diesem Format werden wir inshallah über akute und wichtige Ereignisse und Themen reden und wir werden inshallah mit Allahs Hilfe die islamische Perspektive zu diesen Themen erwähnen, damit jeder weiß, was sagt der Islam zu diesem Thema. Heute reden wir inshallah über den Hijab und die Frage lautet, hat der Hijab überhaupt noch einen Wert? Warum diese Frage? Warum diese Frage auf diese Art, hat der Hijab einen Wert? Weil ich persönlich und auch viele andere das Gefühl haben, dass der Hijab seine Weisheit und seinen Sinn bei einigen Schwestern verloren hat. Was ist denn die Weisheit und den Sinn hinter dem Hijab? Warum wurde der Hijab überhaupt von Allahs Hilfe als Gesetz erlassen? Wurde der Hijab als Gesetz erlassen, damit die Frauen sich zeigen können? Oder wurde es eher dafür gemacht, dass die Frauen sich nicht zeigen können? Wurde der Hijab dafür gemacht, damit die Frauen angeben können? Oder wurde eher der Hijab dafür gemacht, dass die Frauen sich zurückhalten können und sich enthalten können? Warum wurde der Hijab herabgesetzt? Dafür gibt es eine Ära, die uns ganz klar zeigt, welchen Wert der Hijab eigentlich hat und welche Weisheit der Hijab eigentlich trägt. Damit wir verstehen können, was die Weisheit hinter dem Hijab ist und warum der Hijab als Gesetz von Allahs Hilfe gemacht wurde, brauchen wir dafür nur einen Vers. Und ich würde behaupten, dass diese Frauen, die die Hijab falsch tragen, gar keine Ahnung haben von den Beweisen, die überhaupt zeigen, warum der Hijab herabgesandt worden ist. Weil jeder Befehl, jedes Gesetz im Islam hat eine Weisheit. Ob wir sie kennen oder nicht, sie hat eine Weisheit. Und wenn wir diese Weisheiten nicht verstehen und wenn wir nicht mal in der Lage sind, die Beweise für ein Gesetz zu lesen und zu verstehen, dann werden wir genauso enden wie die Juden und Christen heute, die gar keine Religion fast mehr haben. Damit wir verstehen können, was die Weisheit hinter dem Hijab ist, gibt es einen Vers. Wirklich einen Vers, der komplett dafür ausreicht. Und das ist die Aussage von Allah in Surat Al-Ahzab. Sag deinen Frauen, deinen Töchtern und den Frauen der Gläubigen Sie sollen ihre Übergewänder über ihren Körper tragen. Das heißt, sie müssen ihren gesamten Körper mit einem Gewand bedecken. Und die gesamten Reize mit einem Gewand bedecken. Und jetzt kommt die Weisheit. ذَٰلِكَ أَدْنَا أَنْ يُعْرَفْنَا فَلَا يُؤْذَيْنَ Das ist dafür geeignet, damit sie erkannt werden und nicht belästigt werden. وَكَانَ اللَّهُ رَفُورًا رَحِيمًا Und Allah SWT ist allvergebend und barmherzig. Das heißt, wenn eine Frau, die behauptet, sich zu bedecken, angemacht wird, angesprochen wird, vielleicht sogar zur Unzucht eingeladen wird, und das ist heute der Fall, wenn eine Frau auf Facebook, auf Instagram, TikTok angesprochen wird und gesagt wird, du siehst so schön aus, du siehst so toll aus, du siehst so attraktiv aus, dann hat man den Sinn und die Weisheit des Hijab verfehlt. Dann hat man den Sinn und die Weisheit des Hijab verfehlt. Denn Allah SWT sagt, und Allah spricht die Wahrheit, Allah lügt nicht, Allah spricht die Wahrheit. Er sagt, wenn du als Frau den Hijab richtig trägst, indem du deine Reize komplett bedeckst, vielleicht sogar dein Gesicht bedeckst und deine Hände, dann wirst du nicht angesprochen, dann wirst du nicht belästigt, dann wirst du nicht angemacht. Ganz einfach. Und wenn du belästigt wirst, und wenn du nicht als rechtschaffende Frau erkannt wirst, dann trägst du den Hijab nicht richtig. Und das ist das Problem. Der Hijab hat keinen Wert mehr bei diesen Frauen. Der Hijab wird durch diese Frauen entwertet, weil sie nicht rechtschaffen sind und nicht gottesfürchtig sind, dabei aber behaupten wollen, dass sie rechtschaffen sind, weil sie nicht erkannt werden. Glaubt es mir, stellt eine Frau, die sich richtig komplett bedeckt und eine Frau, die angeblich den Hijab trägt, mit Schminke und enger Hose und Posten im Instagram und Posten im TikTok und sonst wo, und fragt die Leute, selbst die Nicht-Muslime, welche von diesen Frauen ist eher aufreizend angekleidet? Oder welche von diesen Frauen ist für dich gottesfürchtig? Oder macht den Eindruck, dass sie gottesfürchtig ist? Was denkt ihr, was sie sagen werden? Wir haben ein Level erreicht, wo es Nonnen gibt, Nonnen, ja genau, Nonnen, die gottesfürchtiger bedeckt sind als manche muslimische Frauen, die behaupten, den Hijab zu tragen. So ein Level haben wir erreicht, dass du eine Nonne siehst und nehm ihr eine muslimische Frau, die mit enger Hose, Schminke und Zigarette im Mund steht und du dir denkst, Subhanallah, diese Nonne ist bedeckter als meine muslimische Schwester. Sie trägt eher die Gottesfürcht nach außen, wenn sie keine Muslime ist, Kefir ist. Sie trägt eher die Gottesfürcht nach außen als so eine, die behauptet, Hijab zu tragen. Subhanallah. Heute hast du Frauen mit Hijab, die nicht beten, Frauen mit Hijab, die die Unzucht begehen, Frauen mit Hijab, die Shisha rauchen gehen, in einer Shisha-Bar, die auf Musik tanzen, was hat denn der Hijab noch für eine Bedeutung? Was hat der Hijab noch für einen Wert? Warum entwertet ihr den Hijab? Warum reißt ihr dem Hijab seine Bedeutung? Warum? Was wollt ihr damit erreichen? Und dann gibt es Frauen, die noch einen Schritt weiter gehen und andere muslimische Frauen vergiften wollen, indem sie ihnen sagen, ja, so trägst du den Hijab richtig. Du bist bedeckt, so wie du dich gerade bedeckst. Du bist schön, so wie du bist. Was will man damit machen? Hat man verstanden, dass man damit den Hijab entwertet? Dass man damit auch den Schaitan gehorcht, der ja die Aufgabe hat, die muslimischen Frauen vom Hijab wegzubringen? Hat man das verstanden? Der Hijab ist nicht dafür da, dass man dir sagt, du siehst schön aus mit dem Hijab. Okay, vielleicht, wenn das ein kleines Mädchen ist, die noch nicht in der Pubertät angekommen ist und sie mit sieben, acht, neun Jahren anfängt, den Hijab zu tragen und dann lässt man sie vielleicht, ja, einen Hijab tragen, der vielleicht hier und da Muster hat oder Blumen oder irgendwelche auffälligen Farben hat und man sagt, okay, das kleine Mädchen sieht süß aus mit diesem Hijab. Das kann man hinnehmen. Aber, dass eine Frau kommt, die eine Frau ist, die einen Körper einer Frau hat und die das Gesicht einer Frau hat und die das Verhalten einer Frau hat und dann hingeht und ihr sagt, du siehst schön aus mit deinem Hijab, dann, wie gesagt, hat man den Sinn vom Hijab verfehlt. Zum Hijab, meine lieben Geschwister, gehört noch viel mehr. Hijab ist nicht nur Stoff. Hijab ist Verhalten. Hijab, Allah SWT sagt das ja. ذَلِكَ أَدْنَا أَنْ يُعْرَفْنَا فَلَا يُعْرَفْنَا Das ist, Hijab ist dafür da, dass die Frauen erkannt werden als rechtschaffende Frauen. Aber wenn eine Frau mit Hijab auf der Straße laut lacht, laut redet, sogar schreit, tanzt, in der Shisha-Bar sitzt, im Club sitzt, in der Disco sitzt, nachts mit Frauen irgendwo rumläuft, auf der Hochzeit mit den Männern tanzt, dann wird diese Frau nicht als rechtschaffend angesehen. Dann wird diese Frau auch nicht respektiert. Genau, richtig. Es gibt nicht Muslime, die sagen, zu Frauen, die sich richtig bedecken, die Kaab tragen, warum machst du das? Meine Nachbarin trägt auch Kopftuch. Kopftuch, ja? Man hat jetzt den Hijab nur noch auf das Kopftuch reduziert. Es ist nur noch wichtig, dass du deine Haare bedeckst. Was aber deine Beine angeht, deine Brüste angeht, deinen Hintern angeht, deinen Körper allgemein angeht, kein Problem. Hauptsache, sie hat ihre Haare bedeckt. Ja, okay, das ist ein Teil der Bedeckung, aber das ist nicht die komplette Bedeckung. Die komplette Bedeckung ist, dass du alles an deinem Körper bedeckst. Alle Reize, die an deinem Körper sind und das ist dein gesamter Körper. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Al mar'atu awrah, das heißt, die Frau ist komplett ein Reiz. Für wen? Für die Männer. Deine Arme, deine Beine, deine Füße, deine Schenkel, dein Bauch, dein Rücken, dein Gesäß, das ist alles Reiz für den Mann. Was ist deine Aufgabe? Deine Aufgabe ist, dass du deinen gesamten Körper, der einen Reiz bildet für den Mann, dass du diesen gesamten Körper bedeckst. Denn wisse, wenn du dich nicht richtig bedeckst, auch wenn du deinen Kopf bedeckst, mit einem Kopftuch, wisse aber, wenn du mit deinem Körper einen Mann reizt, dann bekommt er Sünde, weil er dich angesehen hat und du bekommst die Sünde dafür, dass er eine Sünde wegen dir gemacht hat. Eigentlich sagt man das den Frauen, die nicht bedeckt sind. Eigentlich spricht man so mit den Frauen, die nicht bedeckt sind, aber mittlerweile müssen wir sogar mit den Frauen reden, die Hijab tragen, angeblich. Mit diesen Frauen müssen wir genauso reden, jetzt wie wir mit Frauen reden, die nicht bedeckt sind. Leider. Subhanallah. Wir müssen ihnen genauso sagen, Schwester bedeckt dich. Schwester tragt kein Parfüm. Schwester schminkt dich nicht. Schwester tragt keine Fingernägel. Bedecke deine Füße. Wir müssen genauso mit ihr reden. Wo ist dann der Unterschied? Wo ist dann bitte schon der Unterschied zwischen dir und einer, die nicht bedeckt ist? Ich sage es, der Unterschied liegt nur darin, dass du deine Haare nicht zeigst und sie ihre Haare zeigt. Das war's. Du trägst genauso eine enge Hose wie sie. Du zeigst genauso deine Arme wie sie. Du parfümierst dich genauso wie sie. Du schwingst dich genauso wie sie. Und es gibt, Subhanallah, mittlerweile muslimische Frauen, die Hijab tragen und die aufreizender wirken als eine, die nicht bedeckt ist. Glaubt es, glaubt ihr es mir? Es gibt Frauen, die Hijab tragen, auf Instagram posten, sich auf Instagram zeigen und sonst wo. Und die Männer reizen und sogar Frauen reizen mehr als eine normale, die nicht bedeckt ist. Eine normale Frau, die sich nicht schminkt, die sich nicht parfümiert und die normale Kleidung trägt, nicht mal eng. da findest du, die Frau mit dem Hijab reizt mehr Menschen, Männer wie auch Frauen und zieht mehr Blicke auf sich und mehr Likes und mehr Aufrufe als diese Frau, die nicht mal ihre Haare bedeckt. Was haben wir für ein Level erreicht? Was haben wir, wenn du, es gab eine Zeit, wenn du gesehen hast, dass eine Frau sich bedeckt, dachtest du, Mascha Allah, Nauma Barik. Das ist eine Rechtschaffende, die hat angefangen zu praktizieren, heute, es ist so normal geworden, es ist ohne Wert, ohne Gottesfurcht, ohne, aber woran liegt das? Ja, woran liegt das? Das liegt daran, dass diese Frauen kein Wissen haben und es liegt daran, dass diese Frauen keine Gewissheit, ja, sie tragen Hijab, aber sie haben keine Gewissheit dabei, kein Wissen dabei, kein, kein Verständnis dabei. Bestes Beispiel ist dafür ein Mädchen damals, in der Ausbildung war das, und sie hat ihre, ihre Haare bedeckt, aber sonst, äh, enge Hose, Jeanshose, enges Top und so weiter, ja, und dann gingen wir zusammen damals, äh, gingen wir aus der Berufsschule, gingen wir hinaus, und da war ein Nicht-Muslim dabei. Und wir haben uns so ein bisschen unterhalten über die Ausbildung und so weiter, und dann habe ich sie gefragt, Schwester, eine Frage, warum trägst du einen Hijab? Und das müsst ihr mal machen, wenn ihr so eine Schwester findet, die nicht den Hijab korrekt trägt, frage sie, warum trägst du einen Hijab? Dann sagte sie mir, ja, ich trage den Hijab, seitdem ich acht Jahre alt bin, und meine Mutter damals, ich habe, ich meinte dann zu ihr, ich habe dich nicht gefragt, seit wann du den Hijab trägst, sondern warum du den Hijab trägst, ja, weil meine Mutter das gesagt hat. Und dann sagte der Nicht-Muslim, aha, also trägst du es nicht aus Überzeugung, sondern du trägst es nur, weil deine Mutter es gesagt hat, und dann sagte sie, ja, ich trage es nur, weil meine Mutter es gesagt hat. das ist die Realität. Die Frauen, sie tragen den Hijab, weil sie keine Gewissheit haben, kein Wissen darüber haben, kein Verständnis darüber haben. Und wir wissen, für jede Tat im Islam brauchst du Wissen, Verständnis und Gewissheit, ansonsten wirst du eine falsche Tat machen. Ansonsten wirst du diese Tat falsch praktizieren. Das sehen wir am besten am Hijab. Diese Frauen tragen den Hijab falsch, und das sage ich bewusst falsch, weil sie kein Wissen haben, weil sie kein Verständnis darüber haben und weil sie keine Gewissheit darüber haben. Und da kommt noch ein Grund dazu. Und zwar es sind Frauen, die Komplexe damit haben, den Hijab zu tragen. Wie? Was meinst du damit? Ich meine damit, sie tragen den Hijab und währenddessen schämen sie sich, den Hijab zu tragen. Sie schämen sich dabei. Und deswegen wollen sie irgendwie diese Scham, die zu tadeln ist und die nicht richtig ist und dieses Selbstkomplex, was sie haben, irgendwie betäuben, indem sie sich zeigen. Nehmen sie dann eine TikTok-Seite aufmachen, Instagram und sich zeigen und posten und vielleicht mit dem Mann zusammen, was noch schlimmer ist. Ich kann nicht verstehen, wie man als Mann seine Frau erlaubt, solche Fotos zu machen. Und dann noch schlimmer geht man hin und macht sogar mit ihr zusammen Fotos. Wie geht das? Bist du ein Mann oder bist du eine Frau? Wo ist deine Männlichkeit? Wo ist deine Eifersucht? Und deswegen hier nochmal am Ende möchte ich sagen, ihr Männer, Väter, Brüder, Ehemänner, ihr seid mit dafür verantwortlich, warum diese Frauen sich so verhalten und warum sie sich nicht korrekt bedecken. Ihr seid mitverantwortlich, weil ihr nichts macht, weil ihr keine Eifersucht trägt, weil ihr keine Männlichkeit trägt, weil ihr keine Verantwortung trägt. Das Mädchen macht, was sie will. Wer sagt ihr was? Weder der Vater redet dagegen, noch der Bruder, noch der Ehemann, noch der Onkel, noch der Großvater. Mach, was du willst, kein Problem. Es wird immer mehr, habe ich das Gefühl. Immer mehr Frauen, habe ich das Gefühl, wollen sich bedecken, aber bedecken sich so, wie wir das sehen. Es ist ein Trend geworden, ja, ein Trend geworden, dass Frauen, ja, ihre Haare bedecken, Sakko tragen, enges Oberteil, enge Hose, kein Problem, Stöckelschuhe dabei, parfümieren, schminken, es wird immer mehr. Und es wird immer mehr, es hört nicht auf. Und deswegen, ihr Männer, Väter, Brüder, Onkel, Ehemann, ihr müsst dieser Verantwortung bewusst sein, ihr müsst diese Eifersucht tragen, ihr seid Muslime. Ihr müsst diesen Stolz tragen, ihr müsst diese Männlichkeit tragen und euren Frauen sagen, sie dürfen sich nicht so kleiden. Sie müssen sich korrekt bedecken. Damit machen sie sich auch, damit machen sie euch auch stolz, damit bringen sie euch stolz. Wenn du dann auf der Straße läufst, mit deiner, wenn du auf der Straße läufst, mit deiner Frau zusammen, und sie korrekt bedeckt ist, die Leute werden sagen, guck mal, sie ist so bedeckt, weil er so ist. Sie ist, sie trägt das, weil er eifersüchtig ist. Sie bedeckt sich, weil er der Mann ist. Sie bedeckt sich, weil er derjenige ist, der Männlichkeit trägt. Sie macht es, damit sie ihn stolz macht. Sie macht es, damit sie ihm Ehre bringt. Deswegen seid ihr hier auch in der Verantwortung, dass ihr eure Töchter, eure Schwestern, eure Ehefrauen zum wahren Hijab führt, indem ihr zusammen vielleicht auch mit ihnen, die Verse, die den Hijab als Pflicht erklären lernt. Der Koran, Alhamdulillah, ist da. Ihr könnt auf Deutsch lesen, ihr könnt Tafsir lesen, ihr könnt Gelehrte und Schüler des Wissens dazu fragen. Ihr sollt eure Religion lernen. Ihr sollt lernen, was sind die Beweise für den Hijab, was sind die Weisheiten hinter dem Hijab und was sind vor allen Dingen die Regeln des Hijabes. Es gibt Regeln für den korrekten Hijab. Das kann man alles, wie gesagt, nachlesen und lernen und inshallah werden wir damit die Schwestern zum wahren Hijab zurückbringen können. Möge Allah uns Erfolg geben, uns vergeben. Das war allahein. Und alhamdulillah rabbil alameen.